Moin moin die Süchtigen da draußen, hier ist TinyChris. Ich mache heute einfach mal ein kurzes Klassensetup-Video, weil mich so viele von euch gefragt haben, ob ich die nochmal zeigen könnte. Das ist jetzt der finale Stand der Klassen, ich werde ihn nicht mehr ändern. Ich spiele meistens mit dem Perks Hardliner, Kampfweste, Zähigkeit, Plünderer und Taktikmaske. Bei fast jeder Klasse eigentlich, also sind für euch eigentlich nur noch die Waffen und die Aufsätze interessant, könnt ihr ja sehen. Nur bei manchen Klassen lasse ich den Plünderer weg und nehme eben stattdessen C4 mit und eine Secondary. Oder tue ich eine Sniper-Klasse, die darf nie fehlen. Dann zeige ich euch nochmal kurz meine Optionen. Ich spiele mit allem auf Low und mit dem Frame Cap auf Unlimited, damit es maximal flüssig läuft und sahen das alles auf Standard. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie in die Kommentare, das war jetzt einfach bloß ein kurzes Info-Video. Meine Stats zeige ich wieder, wenn ich 60-70.000 Kills habe, dann lohnt sich das erst wieder. Danke fürs Zuschauen Leute, stellt mir eure Fragen in den Kommentaren. Haut rein!